Hallo liebe YouTuber und YouTuberinnen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mich doch ein bisschen euch zeigen, was ich denn auf meinem Kanal alles so mache. Hier seht ihr eine grobe Übersicht der Videos, die ich so mache. Ich mache hauptsächlich How-to-Cheat-Videos und How-to-Guides. Auch Modding-Videos und Anleitungen, wie man zum Beispiel bestimmte Sachen erledigen kann. Ich mache das Hobby-mäßig, ich verdiene damit kein Geld, noch nicht. Habe ich auch ganz ehrlich nicht wirklich vor, denn mein Ziel ist es, euch da draußen zu helfen. Mein Ziel ist es, euch zu zeigen, wie man gewisse Probleme behebt und wie ihr weiterkommt. Und wie gesagt, Anleitungen zu bestimmten Stellen in Spielen, was auch immer oder Modding-Tutorials. Und deswegen brauche ich eure Unterstützung. Lasst mir eure Likes und eure Kommentare und eure Abos da. Das zeigt mir, dass euch der Inhalt gefällt, dass euch meine Videos gefallen. Und das spornt mich erstens an, weiterzumachen. Das zeigt mir, was euch gefällt, wovon ihr mehr haben wollt. Und das gibt mir vor allem das Feedback, dass ich weitermachen soll, dass ich mehr machen soll. Denn ohne euch, ohne euch da draußen, gäbe ich diesen Kanal nicht. Ohne euch würde dieser Kanal nicht funktionieren. Und ohne euch könnte ich diesen Kanal direkt einstampfen. Deswegen gebt mir euer Feedback. Zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen, indem ihr liked, kommentiert und abonniert. Und dann wird es auch weiter schöne, viele Videos von mir geben. Und ihr könnt euch dann auf mehr tolle Inhalte freuen. Dann danke ich euch und dann viel Spaß und schaut euch doch ein bisschen um.